In diesem Video teile ich euch geniale Tipps mit Alufolie. Hast du schon mal mit Alufolie gebügelt? Wenn nicht, dann schau dieses Video an. Du willst immer so machen, nachdem du dieses Video gesehen hast. Ich bügele die Hemde oder die Hose nur auf einer Seite und gleichzeitig sind beide Seiten glatt gebügelt. Diesen Vorteil musst du deine Wäsche in Zukunft nur noch von einer Seite bügeln, ohne dass du diese umdrehen musst. Deshalb solltest du das Bügel mit Alufolie unbedingt einmal probieren. Gemüse kannst du einpacken in Alufolie und längere Zeit frisch halten und in Kirchern tun. Eine Nagelschere kannst du schleifen, in dem du ein bisschen Alufolie schneidest. Andere Idee wäre, wenn du die Blumen gießt, dann bleibt immer Wasser in Unten Top. Kannst du einen Schwamm unter die Blumen tun und das Wasser wird immer durch den Schwamm absorbiert. Ein anderer Trick, ein toller Trick. Du kannst eine Flasche so schneiden, wie ich gemacht habe in diesem Video. Dann auf einen Küchenschwamm kleben. So wie ich gemacht habe. Jetzt kannst du Spülmittel in diese Miniflasche tun und damit kannst du alles in die Küche waschen. Kannst du die Armaturen, die Waschbecken, das Geschirr, alles kannst du in ein paar Minuten waschen. Das ist ein toller Trick, probiere es unbedingt diese Tricks einmal aus. Es wird euch helfen, du willst begeistert sein. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schaut euch an, alles glänzt in Minuten mit diesem tollen Trick. Schaut euch an, alles glänzt in Leben anlam. fortunately ост